jo leute ich wurde jetzt gerade gebeten als polizist hierher zu kommen okay ihr seht ich war gerade noch meinen und okay 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 das heißt wenn jetzt noch jemand anders kommt dann wird er sofort getötet von mir das ist mir egal ich habe hier recht ich tue es erstmal nur kurz alles was ich nicht brauche weglegen das brauche ich wegen Sicherheit und so äh zack denn das kann ich behalten ich brauche nur meine Bescheinigung noch lol und verarschen so eine Bescheinigung Leute was meine Bescheinigung wenn du wieder da hallo ja ich nehm grad auf äh ich finde meine Bescheinigung nicht mehr okay fuck lol wir sind verarschen ich will meine Bescheinigung nicht mehr oh ja hat's mal ausgelebt ich will meine Bescheinigung nicht mehr bitte hab ich das in anderen bitte bitte hab ich das meine neuen haus bitte 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 ich seh Matschocks mit voller art diarisung scheiß doch alter okay hab sie ich bin auf dem weg okay äh jo Leute jetzt bin ich gespannt was hier abläuft ähm ich gehe ganz kurz zu den koordinaten okay äh die sind x ist 160 x ist in die richtung x 160 okay x 160 und 444 also in die richtung okay heißt er laufen jetzt mal ganz kurz hin ich hab schon so ein ganz schlimmer verdacht dass äh Matschocks ente steckt denn er ist nämlich auch gerade in die richtung gelaufen wie es gesehen habt und ihr habt kein bocken auf Matschocks also es ist echt schlimm bitte wenn irgendjemand wenn irgendjemand das sieht also wenn einer von euch sieht jetzt leute schreibt bitte einfach sofort unter die kommentare von niklas oder von okay h halt hast du bitte irgendwie schwert und so holen ich glaub es wird oder im endermann angeguckt wirklich äh bam 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 öl dann heute schwer doch hier ja ja ich hab kein essen mehr aha ich hab' essen genug hier bitte ich sparen in die kommentare dass sie einfach gebannt wird das schreibt einfach bitte unter die kommentare unter die videos von da war ich doch schon die mutter war ich schon eine komische ort ja ja gerade ich komme noch mit aha das blut kann ich ja nicht analysieren weil ich weiß noch nicht ganz es ist ein problem ich nehme mir auf jeden fall mal das blut mit so da bei der höhle oder das maxi ich nehme mal das ganze blut hiermit macht ihr da ich habe das ganze blut mit da genau da war der andere weg und jetzt okay nein ich habe meine diamantspitzacke verloren was weil der diamantspitz hat oh shit und und Ich muss ihn festnehmen, er hat mein ganzes Haus gegrüßt. Bist du sicher, dass es er ist? Ja, er war es. Okay, ähm... Ich hab das Video. Nein, das ist Maxi, das meine ich. Ja, es ist Maxi. Okay, ich nehme ihn auch fest, weil er hat illegale Aktivitäten. Er kommt überall hin, wo ich bin. Wir dürfen ihn töten eigentlich. Ich darf ihn töten. Ah ja, er braucht die Kizuki, er wollte auch von Anfang an Polizist sein. Er dürfte auch dazu kommen. Zum Polizisten. Ja, ja. Die Frage ist, wo ist er jetzt? Polizist. Also... Nein, du bist doch nicht Polizist, du brauchst noch die Bescheinigung, aber die gibt, der braucht die gleich, denke ich. Ähm... Pochti unternimmt, äh... Pochti, äh... Laut Askali, man unternimmt nichts gegen Griefer, oder? Oder halt gegen... Leute. Nee, er hat gesagt, wenn... Wenn ich will, dass er irgendwie gebannt wird, oder so, soll ich das Video rendern und ihm senden, aber... Irgendwie zu lang, also ich kann das schon machen. Okay. Aber was hat er jetzt noch gegrieft? Ne, äh, ich meine Maxi meine... Äh, nicht Maxi, ich meine Matchdrugs. Ich meine, ich habe schon Videos... Ich, ich, ich sage ihm wegen, ich sage Matchdrugs, dass er das nicht machen soll. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist Maxi? Ich habe Maxi gefunden. Okay. Ähm, da war der Züge zu meinem Haus. Also jetzt bei Sweat Peanuts Haus. Da bin ich, ich komme von der anderen Seite von da. Also hier, 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 ja. Du, an. Wir nehmen ihn fest. Bochtest du ihn getötet? Ja. Okay, das heißt, wir müssen ihn jetzt sofort, wir nehmen ihn fest. Okay, wir nehmen ihn fest. Wo ist er? Ich weiß nicht, hä, es müsste doch irgendwo... Er ist hier hinten, Jungs, Bond. Ja, bei diesem Abschnitt, weil er ja gespawnt. Okay, Leute, ihr seht jetzt eine spannende Verfolgungsjagd. Äh, hoffe ich, es ist auch spannend. Dann schluss ich gerade auf. Ja, ja. Okay. Okay, ich habe auf jeden Fall noch die Blutspur. Ich müsste mal gucken, ob die Wintel von... Okay, ins Emsen, ist auch jetzt etwas Sichtiges. Äh, ist jetzt Staats... Was hat er gesagt? Äh, ist jetzt Staatsanwaltschaft und... Äh, jetzt müssen wir von ihm irgendwie die Durchsuchungsbeschlüsse umzuholen. Äh, das ist doch kacke, Alter, das macht doch keinen Sinn jetzt. Wenn wir jemanden jetzt festnehmen, dann nehmen wir ihn fest. Das macht einfach keinen Sinn. Ich nehme ihn jetzt fest. Bitte im Arsch. Ja, schon klar, nehmen wir ihn jetzt fest. Aber er meint zum Beispiel, ähm, wenn wir ein Haus suchen wollen. Das Maxi, das Maxi, das Maxi. Wo ist Maxi? Wo, wo, wo? Dahinten, da hinten, wo er eigentlich hier, der ist beim Rathaus. Okay, ich bin auch am Rathaus, ich bin auch gleich am Rathaus. Alter, was rennt der weg? Ich töte ihn jetzt. Nein, ich nicht töten. Doch, 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 töten. Nicht töten. Er ist tot, er ist wieder gestorben. Er ist wieder gestorben, Alter. Maxi, was lebt? Nicht töten, Lungs, wir müssen ihn festnehmen. Ja, wie denn? Ich bin hier nicht festgelegt. Alle, stopp. Nur zwei Bogenschütze und er ist down. Nichts hektisches. Wo ist Maxi? Ich weiß nicht, wo er spawned. Er ist hier beim Dings. Ich habe geschrieben, stopp. Okay, ich habe ihn. Okay, das war unter. Entschuldigung, Kürzel. Sorry. Was schon? So. Okay. Ich habe nichts aufhören, damit wir sind. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn Niklas Kassel ist der ersten Job. Alter, was rennt er die ganze Zeit? Ja, eben, er hat irgendwas gemacht. Es ist also so, er hat das verbrochen. Okay, Niki. So, er ist, da ist er ihn gefangen. Nein, okay, wenn du meinst, er muss abhören, so. Ist mir jetzt egal. Scheiße, scheiße, rennen, schnell, Kürzel. Ja, wir essen, geben. Okay, ich lasse droppen, ist gut, ich lasse droppen. Ja, ja. Ich kaufe an der anderen Seite. Was ist er? Ich kann nicht mehr rennen. Ich habe Essen dabei, Moment. Hier. Etwas anderes als Melonen, das ist scheiße auf einer Verfolgungsjagd. Okay. Leute, es ist nicht spannend, es ist einfach nur lahmarschig, was jetzt hier gerade abgeht, ne? Ich kann uns überspringen, bis wir den endlich gefasst haben. Also, von meiner Seite ist es wirklich scheiße, dass er das jetzt gerade macht. Also, wir brauchen einfach one-hitted, ohne Witz. Achso. Ha! Küsst ihr. Es ist disconnected, nein. Untersuchungshaft! Ich schreibe was. Er kommt mit. Äh, Puchti? Wir nehmen wir hinter ihm. Sehr gut. Okay. Das ist hier das Gefängnis. Jo. Wo ist Maxi da? Braucht die Macht auf. Maxi, er hat auf. Wir dürfen mich nicht töten. Ich geh zu spornen. Wo geht er hin? Er geht ins Büro von Arace. Ich passe hier auf, dass er nicht durchrennt. Wenn er nämlich auf mich zurennt, dann ist er nämlich tot. Da hat er gar keine Chance. Weil wenn er versucht abzuhauen, dann kann ich ihm noch ergeben. Oh, ich hab ganz vergessen, dass ich hier gerade aufnehme und so. Er sitzt... Was ist das eigentlich für ein Depp? Nein, er setzt sich jetzt einfach auf den Stuhl. Nein! Alte Leute, Eiska ist jetzt auch da. Macht es einfach wichtig, glaube ich. So. Ja, äh, einen Moment. Ich brauche... Ich muss nur noch ganz kurz... Leute, ich komme gleich wieder. Ich muss nur kurz was suchen. Und zwar, äh, ich höre mir jetzt erstmal meine Sachen für Analyse. So, Leute, äh, ich bin jetzt hier... Kurz da rein. Oh, Gott! Alter. Ernsthaft? Mir reicht's, Alter. Ich höre auf mich. Also, ganz ehrlich, wenn man so assoziat vom Projekt her ist, ne? Er macht einfach... Er ist im Gefängnis und macht Slash Spawn. Er macht Slash Spawn. Im Gefängnis, Alter. Spawn-Camping, Alter. Äh. Nein, das darf er nicht. Wenn er jetzt... Wenn er jetzt disconnected ist, Alter. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Was macht ihr denn da unten? Er ist disconnected. Gott, er ist kalt. Was? Ja. Das kann nicht wahr sein, Leute. Wisst ihr, das Projekt ist so richtig scheiße. Ganz ehrlich. Das kann nicht wahr sein, dass jeder einfach keinen Bock hat auf Roleplay hat, oder? Das ist doch hier extra Roleplay. Und dann wirst du einfach random getötet. Oder er macht einfach nur so einen Scheiß, Alter. Ja, Leute. Sorry für den klötzenden Ausraster, aber ich durfte nicht mal Analyse machen. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.